So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alpha Protocol. Ja, der Omen denkt, der spielt mit uns seine kleinen Spielchen. Und wir fallen volle Kanne drauf ein. Bevor die Augen unserer Nationen gefunden, wirst du sterben. Kill ihn already. Ah, hab ich richtig gezielt? Das sehen wir, wenn das Licht angeht. Ahhhh... Nee, also, eh, zum Schießen, das, das ist nicht meins. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Wir wissen, du kommst, Thornton. Hier, bevor die Augen unserer Nationen gefunden, du wirst sterben. Ja, und wenn ich einen Gratgitter kann ich auch nicht sehen. Klar. Solange ich hier unten bin, bin ich eigentlich mehr oder weniger sicher. Könnt ihr nicht alle zu mir runterkommen? Anscheinend nicht. Nee, 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 nee Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und ich bekleckere mich absolut mit Ruhm. So, habe ich beinahe wenig? Ja, das war doch schon mal etwas. Gut. So weit. So schlecht. So weit. So weit. Ich sah so schön aus bis gerade eben. So schön sah das aus. Und dann, letzter Kontrollpunkt. Das Außenministerium war davor, nach Taipei zu gehen. Das ist eine zu exklusive Stimmung dort. Wir wussten, dass du kommst, Thornton. Hier, bevor die Augen unserer Nation. Du wirst sterben. Aller Target. Dann halt so. Nicht schön, aber einigermaßen so. Nee. Ich hole gleich. Ich habe eine Quick-Safe-Funktion. Nach jedem Gegner. Automatisches Speichern. So, nochmal. Wir wussten, dass du kommst, Thornton. Hier, bevor die Augen unserer Nation. Du wirst sterben. Sonst noch irgendjemanden. Ach, da oben hätte ich nur einen gehabt. Okay. Okay. Was ist das? 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 der steht immer noch so jetzt haben wir den ok so weit so gut gut so dann wissen wir da vorne da oben gibt es wieder die nächste falle da sind wir schon mal es und Scheiße! Ah! Ah! um im annehmen nun blöd ist ein wahren stellen wir auch jetzt die letzte geheimagent Hier, bevor die Augen der unserer Nation fattig werden, Sie werden sterben. So, der ist auch weg. Und ich habe sogar fast noch das ganze Leben. Ja, super. Dass man nicht viel bringt, weil ich ja nachher spätestens an der... Es wird übergebracht. Es wird übergebracht. So. Oh, und ich habe sogar noch ein ganzes Leben. Oh, und ich habe noch ein ganzes Leben. Oh. 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 Mehr hatte ich sowieso noch nie So und den und ich habe immer noch mein gesamtes leben ja ich lebe doch so das war doch schon mal nicht schlecht weil die position hatte ich schon schlimmer so und jetzt wieder denk suchen ach da unten ist er katscha 4 die reingelaufen da läuft laufen wir mal sicher selber hier rein Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und danke, dass du zugeschaut hast.